einen wunderschönen zusammen willkommen zurück zu ergänztes tor und wie wir sehen sehen wir nichts außer dass es ein update gab wunderschön die stadt wird zurückgesetzt und dafür bekomme ich 52 brötchen 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 ok dann lass uns gucken lagerupdate probiere die neuen kleinen lager aus und erlebe ein neues balance balance gegen sämtlicher biome und lichtungen kleine lager stehen in jedem spiel zur verfügung und können von klein einmal eins ressourcenknoten versammeln wir führen außerdem eine ganze reihe von änderungen am belohnungs und vorteil balancing sowie zahlreiche ui und ux verbesserungen ein ok leuchtturm update hatten wir mehr erfahren wollen wir nicht wir wollen spielen wir wollen spielen spielen wollen wir wir waren da königliche außenposten das heißt wir möchten eigentlich neu anfangen da 3 ich könnte noch ein upgrade kaufen wo sind wir denn was haben wir denn hier du erhält dauerhaft ein prozent die chancen für bonus produktions erträge du erhältst einen bonus von drei prozent auch ja das war die ankunftsgeschwindigkeit der händler das wollten wir ja nicht das wollten wir ja nicht aber ihr könnt die hier alle ressourcenknoten punkte erhalten darauf ein plus eins auf verfügbare vorkommen ja den nehmen wir doch mit den nehmen wir doch mit und da brauchen wir sowieso stufe acht da brauchen wir stufe acht karte gewinnt verhältnis 69 prozent angefangen spiele 13 verloren 4 ich habe erst vier spiele verloren der menschen na mensch das geht doch noch dann würde ich sagen korallenwald 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 könig königswälder königswälder 52 brot ja würde ich gehen wir da rein ja gehen wir da rein wir können fünf punkte verteilen wir nehmen essen mit das 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 dann habe ich noch drei dann nehmen wir steine mit und dann nehmen wir das holz mit modifikatoren ja zusammenfassung pionier kartengröße mittel durchschnittsmenge 14 das 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 ich habe gesehen man kann hier irgendwo lass mich noch mal eben rausgehen aus möchtest du abbrechen gehen aktuelle voreinstellungen verloren ja ich wollte hier gameplay bäume fällt dass das beginn des sturms beginnt allgemein sound ist in ordnung ich wollte was anderes gucken wo war das mit der prestige wo ist das wo ist das mit der prestige aber ist ja auch nicht schlimm da machen wir das anders das hatten wir das dass das sorgen da habe ich neun und da habe ich acht eine gruppe von zwei dorfbewohnern da habe ich alles seine vor und nachteile ne fordert schwer weil die sind so anfällig die rapien die sind so anfällig auch kommen wir nehmen die menschen und auf auf ab in die königswälder ab in die königswälder hallo willkommen 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 hier bauen das schöne hier ist natürlich nur hier die können alle noch was abgeben das ist das schöne ich baust da hin dann bauen wir dich da rein dann bauen wir dich da rein du bist 1 2 3 4 da rein da dann brauchen wir direkt holzfäller holzfäller da rein krieg ich dich auch da rein ja ne kriegen wir nicht kriegen wir nicht kriegen wir nicht dann müssen wir dich da rein setzen so dann bauen wir dich da noch lang und da noch ein stückchen dann bauen wir könnten wir eigentlich menschenhäuser bauen ne eins zwei können wir nicht können wir nicht weil wir keine bretter und nichts haben dann bauen wir die wieder schön in meinem gesonderten karriere wie sich das gehört da haben wir fleisch da können wir trappern lager ne ja trappern lager da passt trappern lager wunderbar so muss das sein genauso mach man da machen wir alles fertig da dekorationen bräuchten wir auch noch nicht die bänke meine bänke 1 2 3 4 hier reißt ab die scheiße regenmühle leer arbeiter bäckerei tuchmacher es ist die frage was da bräuchte ich mehl ne regenmühle nehmen wir das so eine range das ist auch sehr gut da brauchen wir aber getreide für dann bräuchten wir erstmal die kleine fahr eine presse handwerker räucherei kloster ja ein kloster das will ich nicht kochhaus sägewerken brennofeln plantage nehmen wir die plantage da nehmen wir die plantage hier guck mal habe ich keine zahnräder doch ich wollte schon sagen hier macht ihr mal bitte als erstes macht ihr mal bitte als erstes weil dann kann ich da nämlich direkt mal die leute sein werfen ich brauche holzfäller arbeiten ihr sollt arbeiten export spezialisierung erhalte plus 1 auf die produktionsertrag für alle warenpakete größere karawane jede gruppe von neuankömmlingen bringt zwei zusätzliche dorfbewohner scharfe sichel plus 2 auf kräuterproduktion auf jeden ertrag erhält zusätzliche kräuter von sammler landwirtschaft oder produktion ja das ist gut das ist doch das ist doch das ist doch fantastisch ist das und warum stehst du da so sinnlos rum du könntest denen auch hier helfen ne mein freund der baum intensive mutation reichstum aus der pflanzenwelt die dank besonderer einflüsse gedeiht verdoppelt den ertrag von bonus ressourcen von bäumen ja sehr schön ja sehr schön das trapper lager bauen wir hier hin erstmal weil das können wir ja verschieben unsere aufgaben hat der lager nehmen wir das allein schon wegen den handelsposten das siehst du da haben wir nämlich den handelsposten lichtung dann kriege ich die wunderbar wir brauchen einen handelsposten haben die uns gesagt einen handelsposten brauchen die bauen wir den dahin bauen wir den dahin bauen wir den dahin ah guck mal sehr schön sehr schön bier so dann haben wir den auch was braucht man da holz ne alle bäume fällen ja bitte ich bitte doch drum ich bitte doch drum einfach alle fälle einfach mal hier so speicher bräuchten wir auch noch ne einen kleinen speicher einen kleinen speicher dafür brauch ich brauche ich aber die primitive werkbank da ja kann ich im moment nicht kann ich nicht kann ich nicht da kommt unser handelsposten dann haben wir den auch sehr schön handelsposten steht jetzt brauchen wir nur noch bernstein jetzt bräuchten wir nur noch bernstein ich habe im moment zwei freie arbeiter da kann ich auch nichts machen dann teils aber ich kann den hier rein ziehen den kann ich den aber schon mal umsetzen dann kann der doch da rein siehst du so der kann da rein du bist da am farmen die straße sind auch fertig das heißt die einen eierköpfe da die könnten ja hin guck mal dann bauen wir doch da ein zwei drei drei fässer hinten war die ecke ist sowieso tot na mensch da fallen die kugeln vom weihnachtsbaum hier sind geister unterwegs komisch oder nur so ohne vorankündigung einfach runter gefallen einfach jetzt habe ich sieben ja dann brauchst du zwei blaue und ein paar dorfbewohner ja ein paar dorfbewohner ach guck mal das ist doch schön ein zwei drei da kann ich da nämlich die blauen schon mal hinpacken ja da brauchst bretter für ne ja da brauchen wir bretter für die haben wir nicht weil uns die primitive weltbank fehlt aber hinsetzen können wir ja trotzdem schon mal eins zwei drei vier ach guck mal da haben wir einen schönen kleinen garten blumengarten hinter unserem lager lagert eine große menge an waren sehr schön hallo 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 was machst du da bist du die am salzen aber das ist sehr schön das finde ich auch sehr nett von dir und dazu die am salzen bist das ist doch macht das fleisch direkt haltbarer macht das fleisch direkt haltbarer mit wir können im moment nichts machen ne außer zugucken und abwarten können wir nichts machen wir können wir können wir können die primitive Bergbank schon mal bauen aufgrund der tatsache dass das würde ich die am nächsten hier hinten irgendwo hin aufgrund der tatsache erntelager ok 10 holz dann könnte ich das schon mal fertig bauen da haben wir das curry auch fertig diese schöne kleine wohngegend diese kleine schöne wohngegend es ist schade dass das spiel rundenbasiert ist davon so eine endlosversion wäre auch hammergeil weißt wo du dann so immer weiter bauen kannst und mit dem abschließen der insel eine neue insel besiegen kannst quasi so wie bei arno das wäre doch cool gewesen so eine version davon dass du die waren hin und her schieben kannst das wäre auch cool eine lichtung ist offen sehr schön viel harm tun wir da nicht ok aber wir können stein abbauen wir können stein abbauen so stein netz schenk ich da rein ballern ne oder sind die arbeiter sowieso ne die sind da kriege ich dich da rein glaube nicht oder ne aber ich krieg dich da rein ich krieg dich da rein hab ich keine zahnräder mehr doch 15 15 haben wir noch essen habe ich auch genug sehr schön stein habe ich eigentlich auch noch ne steine haben wir auch noch tada weiter auf bewohner bieber und echsen abkommt nehmen wir die bieber und echsen dann kann ich nämlich hier tauschen nachholst du da die bieber rein die bieber mutze männer und dadurch das schon vorgesorgt habe habe ich keine obdachlosen sehr schön dankbar familien verwandte deiner dorfbewohner senden dir geschenke weil du ihre familienmitglieder gut behandelt erhalte je vollem durch erhalte je vollem durch hohe entschlossenheit erlangte reputationspunkt 40 trinkschläuche und das klingt interessant erkundungsexpedition du hast einige der besten erkunde der schwellenden stadt mitgenommen jedes mal wenn du eine lichtung entdeckt wird erhältst du konstant minus fünf auf allgemeine entschlossenheit erhält aber fünf minuten lang plus 15 auf die allgemeine entschlossenheit geschützter handel ach so das war das mit dem bernstein ja nehme ich die doch dann nehmen wir die dann kann ich da die zwei reinpacken dann können wir da nachher die plantage hinbauen und aufgrund der tatsache dass ich ja noch drei freie arbeiter habe könnte ich hier eigentlich einen zweiten holzfäller reinbauen dann machen wir das rausnehmen können wir die leute immer noch aber wir haben einen zweiten holzfäller und das heißt wir könnte hier noch mehr rodent wir können noch mehr rodent wir können noch mehr rodent da 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 ja so raus damit so rodent 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 ja sehr schön jetzt jetzt gleich kommt der sehr schön was brauche ich denn fünf bernstein und waren im wertform acht bernstein verkaufen ok baumaterialien pakete die außenposten habe ich ne ja habe ich acht kohle noch habe ich sie machen auf pause hier lasse ich mal eben gucken zwei neue dorfbewohner ne feldfruchtpakete technik die würden alle 25% mehr kriegen nehmen wir das menschenhaus sechs stück uralte tafel da würde ich 20 bernstein kriegen und hier fünf menschen da brauche ich sechs menschen häuser und noch zig kekse ähm da nehme ich doch vorteil erhalte plus eins auf den produktionsertrag für alle waren pakete dann nehmen wir das dann nehmen wir das so jetzt können wir erstmal handeln wir brauchen bernstein fünf bernsteine ne brauche ich was kann ich verkaufen das verkaufen das 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 und den habe ich fertig jetzt muss ich einmal noch ein bernstatt dafür kaufen wir aber noch kaufen wir getreide ein und jetzt muss ich noch drei bernsteine haben ok mein video ist fertig sehr schön 14 20 sehr schön dann habe ich auch fertig wunderbar ziegelei tischler dann immer die tischler alleine schon wegen den werkzeugen weil wir die sowieso brauchen Kräutergartensammler Nahrungsammler ok dann nehmen wir den Kräutersammlager ja nehmen wir den nehmen wir den habe ich noch frei 1 2 und 1 Obdachlosen ach ja die Echse die Echse so dann hole ich da einen raus dann kann ich da guck mal da kriege ich zwei Maschinenteile sehr schön sehr schön zwei Maschinenteile habe ich die hier wunderbar zwei Maschinenteile damit kann ich leben das sieht gut aus das ist wunderbar zwei Maschinenteile so і lalalalalala cola baumaterialien pakete kleine farb ähm äh äh baumaterialien pakete brauche ich aber auch den na na wie heißt Genau, die primitive Werkbank Brauche ich dafür, ne? Die primitive Werkbank Brauchen wir Das sieht gut aus Du hast noch Kekse, das ist schön Nee, 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 guck mal Du lässt die mal draußen Weil die brauche ich noch Die brauche ich noch da Die lässt du mal schön da Die lässt du mal schön da, wo die sind Ansonsten habe ich mich noch ein Problem Und das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen ja nicht, dass Herr Taper Hier in kleine Schwulitäten kommt Primitive Werkbank Muss ich jetzt aufbauen, ne? Dann setzt man dich um Setzen dich da hin Dann kann ich die Primitive Werkbank daneben setzen So, dann habe ich die auch schon mal Hab ich noch eins Drei So, dann kannst du Bretter machen Erstmal zehn Bretter Wobei, du kannst auch Ziegel machen, ne? Sehe ich gerade Nimm Ziegel Nimm die Ziegel Die Steine sind nicht so wichtig Wie das Holz Nehmen die Ziegel Dann kann ich nämlich hier Gehe ich auf die Ziegel nachher Genau Ist am einfachsten so Dann machen wir das doch so Dann sparen wir uns das Holz Und dann Haben wir da viel weniger Probleme mit Lalalalalalalala Lalalalalala Die Ziegel habe ich Wenn ich mir das so angucke Brauche ich Essen brauche ich hier gar nicht machen Im Endeffekt Essen brauche ich hier gar nicht Sechs Ah, guck mal Die werden auch Oh, sehr schön Ja Genau das Hab ich mir Würstet Was haben wir denn hier Feines Große zerstörte Karawane Eine zerstörte Karawane Verloren in der Wildnis Es gibt Schleppspuren Die tiefer in den Wald hineinführen Was könnte eine solche Chaos verursacht haben Händler haben Angst Und meinten diese Gegend hier Der Handel Und Handelswege sind blockiert Okay Ein Ungeduldspunkt Die Leute haben Angst vor der Wildnis Die Leute haben Angst vor dem Was die Karawane zerstört hat Minus sechs auf die allgemeine Entschlossenheit Ist nur aktiv Wenn an dem entsprechenden Lichtungsereignis gearbeitet wird So, jetzt lass mich mal eben gucken Ruine wieder aufbauen Oder ausgeschlachtet Da ist ja ausschlachten, ne Dann schlachten wir die Karawane aus Das nehmen wir mit Da nehmen wir das doch mit Wunderbar Dafür hab ich aber den auf zwei, ne Ja, ein Dorf, ne Oh, da fehlt mir noch Okay Und wie es weitergeht Hier In dem schönen Korallenwald Oder was das ist Oder Königswald, ne Wir sind in den Königswäldern Das seht ihr Nehmen wir mit Was haben wir hier? Gar nichts Da muss ich noch hin Religiöse Siedlung Die Sülfüllung ist auf den Weihraubbrot Nein Hat es Warnpakete Ja, nehmen wir das Auch wenn das keinen Sinn macht Weil wir die nicht produzieren Nichtsdestotrotz Vielen Dank fürs Einschalten Wir sehen uns beim nächsten Mal